19.18 kam ich vom Krieg zurück und ging zu Arnold Schönberg, dem großen Meister, um zu lernen. Ich war bettelarm und so unterrichtete er mich umsonst. Es war fast wie eine Vater-Sohn-Beziehung. Bei ihm erwarb ich ein wahres Verständnis für musikalisches Denken und Tradition. Er hat aus mir gewissermaßen einen Musiker gemacht, was gar nicht so einfach war, da ich ein ziemlich renidenter Bursche war. Im Zusammenhang mit Schönberg wird gesprochen von seinen zwei großen Schülern, Webern und Albert Berg. Aber Schönberg selbst hat laut und deutlich gesagt, er hätte drei große Schüler. Webern, Berg und Eisler. Interessanterweise haben da manche Herren nicht genau hingehört. Ihnen ist der letzte Name entfallen. Und man soll mir keine Geschichten erzählen, wenn das nicht politische Gründe hat. Ich fühlte mich nicht wohl in diesem bürgerlichen Musikbetrieb und ich begann mich zu fragen, für wen ich eigentlich diese Art von Musik komponiere. Für Schönberg war mein Kommunismus doch nur eine Jugendtorheit. Ich verachtete sein Spießbürgertum und habe am Ende mit ihm gebrochen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020